Hallo liebe Handballfreunde, herzlich willkommen zu Sport in Schwerin. Wir befinden uns in der Reifehäber an Sporthalle des SV Grün-Weiß Schwerin und im folgenden Spiel treffen die weiblichen Jugend-E-Damen auf den Malchauer SV. Vielen Dank. 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 Good. 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 Zwei, drei, drei! Die Weltzeit, Linz! Dieser, ein Fett und sie verkehrt. Lassen. Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Und dann unter mir, die steht gleich. Auf, auf! Auf, auf! Gegenstieg der Jungen! Auf, auf! Ach, gut, die. Ich bin gut, ich bin gleich. Was ist hier? Nachleitung. All die, los, all die. Lassen. Auf, auf, auf! Entschuldige. Auf, auf! Komm, sie macht auch mal sie! Gut, gut! Fals! Kommt sie mal her! Kommt sie mal her! Du siehst doch gar nicht die Leute! Kommt sie zurück, du kannst sie mal her! Kommt sie mal her! Das gibt es doch gar nicht! Kommt sie mal her! Kommt sie mal her! Wir carden! Lange nach oben! Steh weg! Steh weg! Steh weg! Komm hoch! Laufend! Laufend! Aus dem Weg und geschließt! Laufend! Bescheid uns! Laufend! 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 doctors Laufend, Laufend! Laufend! Mostmal! Z Excelsior Ochsens! Elizabeth Die neue Medien ist richtig, ja. 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 Ja.